Ich habe eine Frau namens Brise im leuchtenden Badehaus im Pirigis Aussichtspunkt. Die Schmuggler verkehren dort und Brise behält sie im Auge. Ich habe ihr Unterstützung für die Zagengelegenheit versprochen. Finde sie, sie wird dir alles weitere sagen. Ja, warum sagst du das nicht einfach der Königlichen Todsfeuergesellschaft? Es mag dich überraschen, aber der Königliche Spiegeister und ich sind nicht auf sehr guten Geheimdienstes und ich kommen nicht besonders gut miteinander aus. Ich kläre solche Dinge lieber intern. Du bietest mir eine gute Möglichkeit dazu. Ich mache es. Hervorragend, dich zu treffen, wächterwein Glückshelfer. Ich erwarte deinen Bericht. Gucken wir mal, wie meine Reputation so steht. Oh, sie wird besser. Das, obwohl wir nicht so gut waren. Wird die mit Nekataka schlechter oder biete ich mir das nur rein? Tekawaradorf, der Schlund, Kriminell, der Graberstraße. Ne, halt, das waren die Huaner. Die drei hatten Nekataka. Sind wir noch nur zwei. Was ist eigentlich mit der Todesfeuergesellschaft? Die sehe ich hier noch gar nicht. Die fällt mir gerade so auf. Ein bisschen aggressiv und zwielicht. Ich muss mal halt mal wohl sein. Gut, das heißt, ähm, Ausgang zur Terrasse. Wir wollen wieder nach unten. Aber erstmal kurz gucken, was sagt denn so? Handelsbedingungen. Ich habe der Valianischen Handelsgesellschaft berichterstattet und meine Belohnung gehalten. Welch Weg kann ich bei den Valianen auch mehr bezahlte Arbeit finden? Gut. Direktor Kastor erzählte mir, dass eine im Leuchtenden Badehaus stationierte Spionin der Valianischen Handelsgesellschaft von einem geheimen Treffen zwischen einem Vertreter der Königlichen Todesfeuergesellschaft namens Quarno und einem Prinzikapitän namens Telo berichtete. Kastor möchte, dass ich die Einzelheiten ihrer Schmugga-Geschäfts aufdecke. Direktor Kastor hat mir aufgetragen, mit Brise Kontakt aufzunehmen, einer Spionin der Valianischen Handelsgesellschaft, die verdeckt im Leuchtenden Badehaus bei Perikis Aussichtspunkt arbeitet. Womöglich kann sie mir erzählen, was sie über die Schmuggler in Erfahrung bringen konnte. Gut. Das heißt, wir können die Valianische Handelsgesellschaft erstmal wieder verlassen. Können erstmal zu den Händlern gehen, Waffen, Rüstungen und so verkaufen. Dann können wir zur Werft gehen und uns mal ein neues Schiffchen leisten. Ihr werdet wirklich mit dem kleinsten Schiff mal anfangen. Und werdet dann bei meinem nächsten Besuch in der Kataka mir dann das nächstgrößere leisten, weil das Geld habe ich langsam dafür. Werde ich sowieso wahrscheinlich haben, wenn ich hier Zeug verkaufe. Da ist der Schuster, da verkaufen wir erstmal unsere Lederrüstungen. Achso, der ist da hinten, ja stimmt. Das heißt, da geben wir mal Vollspeed, wenn wir schon hier sind. Ist hier eigentlich noch immer der Junge am Üben? Frage ich mich gerade, ja. Lass mich gefälligst in Ruhe, ja gut, Schuster. Tag. Zeig mir, was du anzubieten hast. Strandläufer sind da. Ne, verkaufen wir mal Zeug. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Lederrüstungen. Der Prinzipie, die weg können. Ein paar Roben. Wobei, Roben kann ich ja beim Stoffhändler verkaufen. Was kann ich bei dir denn verkaufen? Ah, Plattenpanzer nicht unbedingt. Hervorragende Rohhautrüstungen, passend zum Schuster. Kleider des Booten nicht. Valianische Kleidung auch nicht. Brigandinen. Ah, die außergewöhnliche Rohhautrüstung. Und normale Rohhautrüstung. Brigandine, Prinzipie-Kleidung. Gumbasson ist auch mehr Lederrüstung. Lederrüstung können wir auf jeden Fall verkaufen. Valianischer Mantelrock auch. Kettenrüstung. Wächterlederrüstung kann weg. Prinzipie-Kleidung, Schuppenpanzer. Was haben wir hier so? Außergewöhnliche Lederrüstung können alle weg. Wow, das gibt Geld. Hier haben wir noch gute Lederrüstungen. Zwei gute Rohhautrüstungen. Guter Brusthanisch. Außergewöhnliche Robe. Ja, doch, Gumbasson können wir auch an ihn verkaufen, denke ich mal. Außergewöhnliche Brigandine. Hatte ich hier nicht noch Gumbasson? Außergewöhnlicher Gumbasson. Da verkaufe ich mal alle außer einem. Weil außergewöhnlich ist das Höchste, soweit ich weiß. Ne, hervorragend ist das Höchste. Aber ich glaube nicht, dass ich einen hervorragenden Gumbasson habe. Ne, nicht wirklich. Okay, dann handeln wir mal und verkaufen das. Dann geht's als nächstes zu den edlen Moden, Roben und Kleidung verkaufen. So, da laufen wir. Und beim Waffen- und Rüstungshändler können wir dann Waffen und Rüstungen verkaufen. Fisch, Jagdgut und allerlei. Ja. Also erst einmal hier habe ich einen Umhagen. Habe ich ein paar Prinzipie-Hüte, ein paar Rautai-Hüte, gefütterte Hauben, Kutten, abgenutzte Kutten, Prinzipie-Hüte, hier jede Menge Valianische Hüte. So, hier habe ich sehr viele außergewöhnliche Roben. Sehr viele gute Roben. Eine hervorragende Robe kann auch mal weg. Die können alle weg und das Ding kann weg. So wie die Prinzipie-Kleidung. Die Kleider des Booten heben wir mal auf. Genauso wie Akemias Robe, auch wenn die nichts bringt. Prinzipie-Kleidung kann auch weg. So, noch mehr Geld. So, du bist unsere Schmiedin. Warum auch immer ich da oben jetzt auf einmal im Inventar habe. So, dann gucken wir mal. Du kannst die Helme abnehmen hier. Die brauchen wir nämlich alle nicht. So, rüstungsmäßig. Valianischer Plattenpanzer kann weg. Ah, da wäre Gumbasson gewesen, aber auch gut. Brigantinen können weg. Eigentlich alles, was hier so normal ist, kann weg. So, dann gucken wir mal. Außergewöhnliche, gute Brigantine kann weg. Guter Schuppenpanzer kann weg. Weil wir haben, glaube ich, auch noch, ja, genau, außergewöhnliche Schuppenpanzer. Guter Brustharnisch, da hätten wir außergewöhnliche, also können die guten weg. Bis auf einen können die außergewöhnlichen weg. Valianischer Brustharnisch. Ein außergewöhnlicher Schuppenpanzer, die können weg. Guter Plattenpanzer können auch beide mal weg. Gute Kettenrüstung kann weg. Haben wir sonst noch was, was nur gut ist? Nö. Das ist außergewöhnlicher Gumbasson, also brauchen wir keinen. Ja. Hervorragend ist das Höchste, so wie ich das sehe. Verkaufen wir erstmal das hier. So. Ich habe zwei Stacks Fackeln, davon kann man ein Stack weg. Ich habe die ganzen Dolche. Eigentlich das ganze normale Zeug kann weg. ein Haufen Schwerter, Speere, Stilets, Äxte, jede Menge Xaurib und Zauberstäbe, Schilde, sehr viele Schilde sogar. So. Erstmal das verkaufen. Na, Verzauberungswert. Hm. Hätte ich auch hier schon machen können, aber egal. gehen wir von unten nach oben durch. Eine gute Akibuse brauchen wir nicht, weil wir haben hier oben garantiert noch irgendwo eine Außer... Oh, stimmt ja, wir haben eine Donnerkrachpistole, die wir bei jemandem geben wollten. Aber ja, ich habe garantiert noch irgendwo eine außergewöhnliche Akibusen habe ich sehr viele, das heißt, davon können drei weg. Eigentlich alles, was nur gut ist, kann weg. Ach, da habe ich Akibusen übersehen. Okay, die können weg. Habe ich jetzt die guten Sachen hier? Ja. Guter Streitflegel, gute Keulen, guter Kriegshammer, gute Säbel können weg, weil da unten sind garantiert außergewöhnliche oder noch besser. Da ist zum Beispiel ein Säbel, den sollte ich mal gucken, ob ich den Idea geben kann. Guter Zauberstab, gute Kriegsbeide können weg, gute Rapiere, gute Schwerter können weg, gute Stilets auch, gute Speere, gute Schilde können weg. Gladiatoren Schwert und Mordwehr, die bleiben da. Außergewöhnliche Sachen, verkaufen wir mal alles bis auf eins jeweils. Außergewöhnlicher Morgenstern, außergewöhnliche Zweihänder, ah, das Feuernagerschwert kann weg, außergewöhnliche Stäbe, da würde ich gerne nur zwei verkaufen, Pistolen, äh, zwei behalten, Streitexte, wobei sowas wie Streitexte können eigentlich alle weg, genauso wie Dolche, äh, Xaurim, Spera, die können auch weg, guckt euch mal an, was wir da schon an Geld zusammen kriegen, Zauberstäbe, ich glaube, das Kriegsbeil kann auch weg, Schwerter können bis auf eins weg, Zepter behalte ich mal beide, die können alle weg, hier behalte ich eins von, das kann weg, ein hervorragender Säbel kann weg, die Vampir Kampfstäbe können beide weg, das Stilett kann weg, das kann weg, das kann weg, ja, ich würde sagen, das sieht okay so aus, und das ist ordentlich Geld, Geld, Intellekt und Religion, das Teil sieht keil aus, Hörner der düstere Mutter Wahrnehmung, Torzerstörer plus eins Macht, einem kritischen Treffen Knampfgewein, Angriff zu führen, dass das Ziel zu Boden wirft, gewehrtaumelnder Schlag alles was, die beiden sind mal gekauft das ist ein kein ist acontece das das